Okay, herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung Fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell im Sommersemester 2016. Heute machen wir als allererstes ein bisschen Wiederholung von letzter Woche. Das wollen wir jetzt jede Woche so ein bisschen machen, damit ihr immer noch den Stoff der letzten Woche noch so ein bisschen durchleifen könnt. Und danach machen wir eine ganze Reihe an Themen. Insbesondere kommt heute Laziness dran, was normalerweise mit einem I geschrieben wird, aber weil ich kein Englisch kann, steht es hier falsch. Wir machen außerdem Purity und außerdem, was können wir sonst noch machen? Mehr Typklassen. Immer noch mehr Typklassen. Niemals genug Typklassen. Okay, aber zuerst mal ein bisschen Wiederholung. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass in typisierten Sprachen wie Haskell gibt es immer zu jedem Wert mindestens einen Typen. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir daraus so zwei Ebenen ermitteln können. Einmal die Typebene und einmal die Werteebene. Und dass es sich lohnt, über beide irgendwie separat nachzudenken. Die allermeisten Typen, denen wir so begegnen, die haben mehr als einen Wert. Oder man sagt auch Bewohner. Mit Ausnahme von zwei Typen. Das sind einmal Unit hier. Unit war der Typ, der nur einen Bewohner hat. Und zwar Unit. Wird auch genauso geschrieben. Klammer auf, Klammer zu. Hat den Typen Unit. Und dann gibt es noch, ich habe das letzte Woche nur einmal kurz angedeutet. Und den leeren Typen namens Bottom. Das heißt, der hat gar keine Bewohner. Ihr fragt euch vielleicht, wozu das Ganze. Aber sagen wir einfach, es gibt den und der ist nützlich. Und wir kommen später nochmal drauf zurück. Ich war letzte Woche außerdem ein bisschen ungenau. Ein Wert kann natürlich auch theoretisch mehrere Typen haben. Das sieht man hier zum Beispiel an diesem Beispiel. Wir haben hier sowohl Fu als auch Bar sind der Wert Right1. Die können aber unterschiedliche Typen haben. In diesem Fall ist es hier EitherBoolInt und hier drüben ist es EitherUnitInt. Das ist derselbe Wert für mehrere Typen. Und das heißt, also Werte können auch einen gewissen Polymorphentypen haben. Die Wirklichkeit ist, dass eigentlich Right1 den Polymorphentypen EitherAint hat. Und Bull und Units sind natürlich zwei Instanzen davon. Nur damit nicht der Eindruck entsteht, falls ich das letzte Woche so dargestellt habe, dass ein Wert immer nur einen Typen haben kann. Das ist zwar für die meisten so, aber technisch gesehen stimmt das nicht. Okay. Wir haben uns außerdem parametrisierte Typen angesehen. Das bedeutet, also in anderen Worten, Polymorphismus können wir nicht nur in Funktionen haben, die polymorphe Typen nehmen, sondern auch in Typen. Und das heißt, wir können zum Beispiel uns sowas wie einen Option-Type hier machen. Dieses MaybeA kennt ihr wahrscheinlich schon. Das entweder ein Nothing als Wert hat oder ein Just. Wir haben hier außerdem eine bisschen ähnliche Terminologie wie für die Werte nur auf Typebene. Das heißt, die Worte Parameter und Konstruktor können wir hier genauso gut wiederverwenden, wie wir es schon auf der Wertebene machen. Das heißt, dieses A hier vorne ist ein Parameter, also ein Typ-Parameter, für den Typ-Konstruktor Maybe. Wir hatten ja darüber geredet, dass Maybe an sich noch kein fertiger Typ ist. Maybe ist ein Typ-Konstruktor. Maybeint ist ein fertiger Typ. MaybeString ist ein fertiger Typ. MaybeUnit ist ein fertiger Typ. Aber Maybe an sich noch nicht. Genauso wie Wertekonstruktoren noch keine fertigen Werte sind. Zum Beispiel, wenn ihr einen Konstruktor habt, ein Write. Write kreiert euch einen Wert von irgendeinem Ether-Typen. Aber Write an sich ist noch kein fertiger Wert. Der braucht erst noch irgendeinen Wert, den ihr da mit drangebt. Und genauso auf Typ-Ebene. Wir haben uns außerdem schon ein paar Typ-Klassen angeguckt. Wir haben uns die Definitionen von Typ-Klassen ein bisschen hergeleitet und wofür wir die benutzen. Nämlich, wenn wir polymorphe Funktionen schreiben wollen, aber bestimmte Funktionen dafür brauchen, für was auch immer wir gerade machen wollen. und dafür sagen wollen, okay, ist mir egal, welcher Typ hier reinkommt, solange irgendwie gleich-gleich definiert ist. Wie dieses gleich-gleich implementiert ist, ist mir egal. Ich muss es nur irgendwie benutzen können. Genau. Wir haben uns außerdem ein paar Typ-Klassen angesehen. EQ zur Gleichheit. Odd für irgendwelche Typen, die linear anordnbar sind. Also, wo ich eine kleine Gleichrelation irgendwie drauf habe. Show hatten wir uns angesehen, die ich irgendwie auf einen String casten kann. Oder abbilden kann. Und num, was irgendwie so plus-minus mal geteilt in irgendeiner Art und Weise hat. Also Zahlen. Wir hatten uns gesehen, wie man Typ-Klassen definiert und wie man sie instantiiert. Wir hatten hier Klass-EQ-A-Bear. Wenn ich also den Typen A in die Typ-Klasse-EQ reinbekommen möchte, dann muss ich dafür eine Instanz schreiben, die irgendwie gleich-gleich auf A definiert mit der Typsignatur A nach A nach bool. Genauso für Ord. Da setze ich aber noch voraus, dass A bereits in EQ drin ist. Und dann kann ich das gleich-gleich von hier oben wiederverwenden und brauche nur noch kleiner gleich mehr definieren, damit ich A auch in Ord drin habe. Ich habe hier nochmal die Instanzen für den bool-Datentyp sind eigentlich relativ offensichtlich. Ich wollte euch sie nur nochmal zeigen. True gleich-gleich true ist true. False gleich-gleich false ist true. Und irgendwas anderes gleich-gleich irgendwas anderes ist false. Das heißt, die beiden Werte sind offensichtlich. Also die gleichen Werte sind gleich und ungleiche Werte sind ungleich. Es ist relativ offensichtlich. Sowas kann man auch automatisch derripen. Ich habe es nur einmal explizit hingeschrieben. Ähnlich für die Ord-Instanz, weil wir gleich-gleich schon haben, brauchen wir nur noch kleiner gleich. Und natürlich, das mag unintuitiv für Leute wie mich sein, aber natürlich ist es deswegen nicht weniger eine legitime Ord-Instanz. Wir haben false ist kleiner als true. True ist kleiner, also false ist kleiner gleich true. True ist kleiner gleich true. False ist kleiner gleich false. False und true ist nicht kleiner false. Also das deckt sich mit dem, als wenn ihr euch einfach denkt, dass false größer, dass true größer ist als false. Also wir haben einmal die Definition von Typklassen und wir haben die Instanzierung von Typklassen, wenn wir auch, also wenn wir leere Typklassen schaffen wollen und wenn wir dann da Typen reinsetzen wollen. Darüber werden wir auch später noch ein bisschen weiterreden. Fragen soweit. Das war so einmal der Schnelldurchlauf, von was wir letzte Woche gemacht haben. Keine? Dann habe ich ein paar. Ihr solltet, wenn ihr aufgepasst habt, müsstet ihr jetzt zumindest den Großteil von diesen Fragen irgendwie beantworten können. Die erste Frage ist, was ist ein Typparameter? Wir hatten eben darüber gesprochen, dass die auf Typ-Ebene so ungefähr gleich benutzt werden können wie auf Funktionsebene. Und ihr wisst ja, was ein Parameter eine Funktion ist. Typparameter verläuft ganz ähnlich. Könnt ihr mir dafür vielleicht ein Beispiel nennen? Wir hatten auch schon eins an der Wand. Nicht an der Tafel, aber an der Wand. Ja? Genau. Für die Leute zu Hause. Die Antwort war, dass wir ja bei Maybe A schon einen Typen hatten, der noch ein A erwartet oder genauso gut bei Liste. Und dieses A ist in diesem Fall der Typparameter an an den Maybe. Wunderbar. Was ist der Unterschied zwischen einem Typkonstruktor und einem Wertekonstruktor? Der mag recht offensichtlich sein, wenn man es von den Worten her ableitet. Aber ich möchte das noch einmal kurz ausformuliert haben. Ja. Korrekt. Es ist nicht wirklich kompliziert. ein Typkonstruktor. Ich wiederhole das jetzt einfach nur mal für die Aufzeichnung. Ein Typkonstruktor konstruiert einen Typen. Das Beispiel, was genannt wurde, war Maybe. Und Int nimmt einen Parameter und konstruiert damit einen Typen. Maybe Int. Und ein Wertekonstruktor konstruiert einen Wert und der nimmt zum Beispiel Just und dann kommt noch ein Werteparameter rein und dann haben wir einen fertigen Wert. Genau. Wunderbar. Was ist eine Typklasse? Leute, die in meinem und Stefans Zusatztutorium waren letztes Semester, sollten das eigentlich auch inzwischen nachts um vier können. eine Klasse von Typen auf der bestimmte Funktion definiert sind. Exakt. Was sind die zwei wichtigen Schritte, wenn wir über Typklassen reden? Auch das hatten wir gerade eben schon. Was macht man mit Typklassen? Was sind die zwei großen Sachen, die man machen kann? Oder machen muss? Ja. Genau. Wir müssen uns die Typklassen definieren, damit wir sie irgendwie benutzen können und wir müssen sie instanziieren, damit wir auch irgendwelche Typen da drin haben. Und ich glaube, das ist die letzte Frage. Welches Problem versuchen Typklassen zu lösen? Warum? Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Das ist alles so furchtbar kompliziert, das mit den Typklassen. Was ist der Vorteil? Welches Problem lösen wir damit? Man kann Funktionen allgemein halten, richtig. Oder Polymorph in diesem Fall, wenn man das Fachwort verwenden möchte. Ich kann immer noch eine Sortierfunktion zum Beispiel, kann ich immer noch über einen Typen A laufen lassen, sodass es für alle A's funktioniert, solange ich irgendwie einschränken kann, dass dieser Typ A gefälligst auch in Ort zu liegen hat. Deswegen machen wir das mit dem Typklassen. Okay. Wenn sonst keine Fragen zu bisherigen Typklassen-Gebrabbel gibt, fange ich mit mehr Typklassen-Gebrabbel ab. Scheinbar keine. Wir machen aber erst einen kleinen Umweg in die Mathematik. Ich möchte euch einmal kurz erzählen, was ein Monoid ist und ihr dürft raten, welche Typklasse wir danach definieren. So, in der Mathematik, wer von euch, ich weiß nicht, ob ihr das in Mathe 1 und 2 macht, aber wenn ihr Algebra 1 bei den Mathematikern hört, dann ist also eine der ersten Sachen, die an der Tafel stehen, was ein Monoid ist. Ein Monoid ist irgendeine Menge, ist erstmal egal, was für eine, aber ich glaube, mindestens ein Element sollte drin sein, auf der eine abgeschlossene binäre und assoziative Funktion Punkt definiert ist. So, was heißt denn das? Binär ist vielleicht das Einfachste aus den dreien. Binär bedeutet einfach, das was wir hier auch an dieser mathematischen Typsignatur lesen können, wir nehmen zwei m's rein und geben ein m wieder raus. Binär nimmt zwei. So, was bedeutet Abgeschlossenheit? Weiß jemand? Ja. Genau, man bleibt in der gleichen Menge. Das steckt hier auch so ein bisschen drin. Ich nehme zwei m's und ich gebe auch ein m wieder raus. Ich sitze nicht plötzlich irgendwie in den reellen Zahlen, wenn ich vorher in den ganzen Zahlen war oder sowas. Ich bleibe in derselben Menge, egal wie oft ich meine Funktion anwende. Und assoziativ bedeutet einfach das hier, das solltet ihr irgendwie auch schon seit der Grundschule irgendwann mal gesehen haben. Und das, wenn ich irgendwie drei Elemente in der Menge habe, a.b.c ist dasselbe wie a.b.c. Das sind die einzigen, nein, das sind nicht die einzigen Anforderungen, aber das sind die Anforderungen an die Funktion. Und damit es ein echter Monoid ist, müssen wir außerdem ein neutrales Element e, nennen wir es meistens, definieren. Also e muss in der Menge liegen und für alle x aus der Menge muss gelten e.x gleich x gleich x.e. Das heißt, ich kann das e mit irgendeinem anderen Element verpunkten und es kommt immer dieses andere Element an, egal ob von rechts oder von links, das ist vollkommen Latte. Es ist eine Semigruppe oder eine Halbgruppe, sagt man glaube ich im Deutschen, ich bin mir gerade nicht sicher, Semigroup, mit neutralem Element. Ja, genau. Aber ja, in der Algebra gibt es auch so eine Hierarchie, du hast ganz oben ist ein Magma, da hast du nur die Funktion, dann hast du glaube ich eine Halbgruppe, wo sie auch assoziativ sein muss und dann hast du einen Monoiden, wo es auch das neutrale Element ist. Ich hoffe, ich rede gerade keinen Unsinn, aber ich glaube, das kommt ungefähr so hin. Genau. Und du kannst da noch weiter runtergehen, bis zu einer Gruppe zum Beispiel oder zu einem Körper, dann hast du noch eine zweite Funktion und so weiter. Ah ja, das passt so in diese Hierarchie von algebraischen Strukturen. Genau. Wer irgendwie ein bisschen Spaß an Mathe hat, und wir haben ja nicht alle Spaß an Mathe, der kann zu Hause so als kleine Übungsaufgabe mal kurz beweisen, dass diese neutralen Elemente eindeutig sind. Das heißt, ich kann keinen Monoiden mit zwei neutralen Elementen haben, die unterschiedlich sind. Ist ein ganz lustiger Beweis. Das ist auch so die erste Hausaufgabe, die man in Algebra 1 kriegt. Wunderbar. Ihr kennt natürlich schon ein paar Monoide. Zum Beispiel kennt ihr die natürlichen Zahlen mit Plus. Wenn ihr zwei natürlichen Zahlen verplusst, dann kriegt ihr immer eine weitere natürliche Zahl wieder raus und das neutrale Element ist 0. Soweit lustig. Die reellen Zahlen mit Mal und 1 sind natürlich auch ein Monoid. Genauso sind Strings mit der Concad-Operation und dem leeren String ein Monoid. Et cetera pp. Soweit klar, glaube ich, oder? War jetzt nicht zu kompliziert, oder nicht? Gut. Wunderbar. Große Überraschung. Wir machen uns jetzt eine Typklasse Monoid. Wir können diese Regeln, die wir gerade für die Mathematik irgendwie festgehalten haben und die eigentlich nur so auf Papier existieren, können wir auch in Code abbilden. Und zwar, indem wir uns eine Typklasse sagen. Okay, wir wollen eine Typklasse Monoid. Und wenn ein Typ A gerne in diese Typklasse rein möchte, dann müssen wir ein mempte oder mmpte haben, das den Typen A hat. Das heißt, wir brauchen irgendein neutrales Element. Das ist ein einziges Stück davon. Und wir brauchen eine Funktion mappend oder mappend, die zwei As nimmt und ein A wieder rausgibt. Das kann man entweder direkt als mappend schreiben oder man kann diesen Diamond-Operator nehmen und dann kann man das auch infix schreiben. Also dann muss man nicht schreiben, mappend XY, sondern kann einfach X Diamond Y schreiben. Das ist auch so die Notation, die ihr in der Mathematik seht. Und das wird hier so abgebildet. Okay, so. Jetzt ist die Frage, warum, warum, warum? Warum sollten wir uns diese komische Struktur aus der Mathematik nehmen und uns eine Typklasse dafür bauen? Naja, der Vorteil ist der, dass, wenn ich in der Mathematik schon ein paar Dinge über Monoide weiß, dann kann ich, und die Monoide dann sinnvoll im Code abbilden kann, dann kann ich auch das Wissen aus der Mathematik dazu benutzen, den Code, der die Monoiden benutzt, zu verbessern. Und zwar automatisch. Ihr werdet feststellen, dass einiges, nicht nur Strings, was ihr irgendwie so in eurem Alltag so benutzt, Monoid-Struktur hat. Und immer, wenn ihr mit einem Monoid codet und Haskell sagen könnt, oh, was ich hier benutze, ist übrigens ein Monoid, kann der Compiler auf einiges, was er über Monoide weiß, zurückgreifen und euch zum Beispiel einige Operationen wegoptimieren, die ihr nicht machen müsst. Oder von denen er weiß, wie er sie effizienter machen kann. Und sowas passiert automatisch unter der Haube im GHC, nur dadurch, dass ihr gesagt habt, aha, und dieser Baum hier, mit dem ich meine Datei, Struktur irgendwie repräsentiere. Das ist in Wirklichkeit ein Monoid und hier sage ich dir, wie es funktioniert. Und dann kann der Compiler für euch euren Code besser machen. Und ihr müsst euch keine Gedanken drüber machen, solange ihr einmal gesagt habt, hey, hier ist die Instanz für Monoid. Apropos, oh nein, die Sache ist, apropos Instanzen für Monoid, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben noch nicht, wir haben noch ein kleines Problem. Haskells Typ-System kann zwar sagen, okay, wir brauchen irgendwie ein MMT, A, okay, und wir brauchen irgendein M-Append. Wir können aber im Typsystem nicht ausdrücken, dass zum Beispiel diese Regel hier, die können wir, also diese Regel, dass das neutrale Element sowohl von rechts als auch von links irgendwie dran gemappendet werden kann, ohne dass sich der Wert verändert. Und wir haben außerdem Assoziativität. das steckt hier drin noch nicht fest. Das Typ-System ist nicht stark genug, um das auszudrücken. In anderen Sprachen geht das, ist aber auch wieder mit seinen eigenen Nachteilen behaftet. Haskell, was wir betrachten, kann das nicht auf Typ-Ebene ausdrücken. Das heißt, über der Klassendefinition für Monoid steht dann sowas im Text. Da steht dann, Instances should satisfy the following laws. Und das ist im Prinzip genau das, was wir irgendwie nicht auf Typ-Ebene ausdrücken könnten. MMT Diamond X soll X sein. Genauso X Diamond MMT soll auch X sein. Und X Diamond Y Diamond Z soll X Diamond Y Diamond Z sein. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, das steht in den Kommentaren, was interessieren mich die Kommentare? Ich schreibe mir einfach eine Monoiden-Instanz und ich mache was ganz anderes. Ich schreibe da irgendwas hin, was mir gerade einfällt. Ich bilde mit Diamond alles immer auf MMT ab. Oder sowas. Egal, was reingegangen ist. Sowas könnt ihr machen. Davon hält euch niemand wirklich ab. Weil das Typ-System nicht entforcen kann. Ihr kriegt keinen Compiler-Fehler oder sowas. Ihr kriegt eventuell, wenn ihr testet, kriegt ihr eventuell einen Fehler. Aber wenn ihr kein Testing-Framework habt, was darauf spezifisch abzielt, dann passiert erstmal gar nichts. So. Und warum wollen wir jetzt aber trotzdem sicher gehen? Oder warum solltet ihr genau überlegen, dass das, was ihr als Monoid deklärt, auch wirklich ein Monoid ist? Nun ja, es gibt ja dieses Problem. Ich habe euch von diesen Compiler-Optimierungen erzählt, die der Compiler benutzt, um euren Code besser zu machen. Das funktioniert natürlich nur, wenn das auch tatsächlich ein Monoid ist, was ihr da angebt. Wenn ihr sagt, okay, ich mache jetzt hier meine Monoiden-Instanz und ich baue halt irgendwie Bullshit, damit der die Gesetze nicht respektiert, dann macht euch der Compiler eine Optimierung da rein, die euren Code kaputt macht. Weil ihr, wenn ihr euch darauf verlassen habt, dass der irgendwie so und so funktioniert. Das wollt ihr nicht. Also geht sicher, dass wenn ihr irgendwie eine Instanz für den Typklassen allgemein schreibt, checkt einmal, ob es Gesetze gibt für diese Typklasse, die respektiert werden sollten und dann seht zu, dass eure Struktur das auch tut. Genau. Instanzen wollten wir uns ja auch noch angucken. Hier ist eine Monoid-Instanz für generische Listen, also zum Beispiel auch String. MMT ist die leere Liste, große Überraschung. Mappend ist die normale Plus-Plus-Operation auf Listen und damit haben wir geschrieben, also damit haben wir festgelegt, dass Listen Monoide sind. Das heißt, wenn ihr, ich glaube, ihr müsst Data Monoid importieren, aber wenn ihr das in Scope habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch statt Plus-Plus könnt ihr auch Diamond schreiben, wenn ihr zwei Listen aneinander hängen wollt. Foo Diamond Bar ist Foo Bar. Das funktioniert genauso, wie wir es hier mit erwarten würden. Wir können auch ein bisschen genereller werden und sagen, okay, wenn wir einen Monoid haben, dann können wir auch einen Monoid über die Maybes haben von diesem Typen. Das heißt, sobald A in Monoid liegt, liegt A auch in Monoid. Das ist einigermaßen offensichtlich, wenn man Maybe schon ein bisschen kennt. MMT ist natürlich Nothing. Und wir definieren Diamond einfach so, dass es die Regeln sofort einhält. Nothing Diamond M ist M. M Diamond Nothing ist M. Das ist das, was hier gefordert wurde. Und Just M1, Diamond Just M2 ist wieder ein Just mit M1, Diamond M2. Dann wird es auf die untere Ebene weitergeschoben. Deswegen muss A auch schon in Monoid liegen. Also jetzt fragt ihr euch, okay, aber wo brauche ich hier jemals sowas? Okay, ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Log-Datei oder sowas. Sagen wir, ihr wollt irgendwie mitloggen, was auf eurem Server zum Beispiel läuft und ihr habt da zum Beispiel eine Maybe-Log-Datei. Wenn zum Beispiel kein Fehler passiert, dann ist da ein Nothing drin und ihr startet auch mit einem Nothing. Und jetzt jedes Mal könnt ihr, wenn ihr eine Berechnung durchlaufen lasst, könnt ihr das Log Diamonden mit dem vorangegangenen Log. Wenn ihr gerade ein Nothing kreiert habt, wird es drangeschmissen, passiert nichts. Und wenn ihr gerade was kreiert habt, dann wird es mit dem zusammengeschmissen, was da schon vorlag. Genau. Noch Fragen zu Monoid? Keine. Gut. Machen wir weiter. So, ich möchte euch noch eine Typklasse für heute vorstellen. Was? Ein konkretes Beispiel für was? Ja, Liste zum Beispiel. Ich habe konkrete Beispiele. Ob sie dir weiterhelfen, ist die Frage. Unit ist auch ein Monoid. Zum Beispiel Unit, Diamond Unit ist Unit. Und MMT ist Unit. Das ist erstaunlicherweise assoziativ. Ich weiß nicht, ob euch das überrascht, aber ja. Wie bitte? Ich hatte das eben schon einmal kurz angesetzt. Bäume sind zum Beispiel auch Monoide. Ein leerer Baum ist MMT und du kannst dann auf sinnvolle Arten und Weisen definieren, wie du zwei Bäume aneinander hängst. Dann sind das auch Monoide. Genau. Und dann hast du zum Beispiel ein File-System, was du darüber repräsentieren kannst. Und es ist nicht immer nur direkt Monoid, sondern auf Monoid kann man dann manchmal auch noch aufbauen, sodass man noch konkretere Optimisierung Optimisierung wie sagt man im Deutschen? Optimisierung? Optimierung. Danke. Dass man da noch konkretere Optimierungen drin hat. Ich habe jetzt auch noch nicht so furchtbar viele Monoid-Instanzen geschrieben, aber vielleicht weiß Stefan ja ein paar Dinge. Ich stelle mich mal mit dem Mikro so. Und das ist jetzt für immer auf YouTube. Die Sache ist, meistens Monoid alleine bringt dir nicht viel. Du kannst zwar vieles in Monoid reinpacken und hast dann auch so ein paar Sachen. Interessant wird es, wenn du Monoid anfängst mit anderen Typklassen zu kombinieren. Weil dann sagst du, ich brauche jetzt nicht irgendwie eine ultrakomplizierte Typklasse, sondern du sagst, es muss ein Monoid sein und es muss noch in irgendeiner anderen Typklasse liegen und dann kann ich XY bauen. Also das kommt später in den Übungen nochmal deutlicher und im weiteren Laufe der Vorlesung. Du wirkst unzufrieden. Ich kann es wiederholen. Wir haben übrigens schon eine halbe Stunde rum. Das wird spaßig. Ja, aber ich glaube, die Leute auf YouTube interessiert das auch. Also im Sinne von Monoid alleine hilft manchmal nur bedingt. Monoid ist auch relativ hoch in der Hierarchie, die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, es ist noch nicht so eine starke Aussage zu sagen, es ist ein Monoid. Viele Dinge sind Monoide. Aber das heißt auch, je mehr Sachen da reinfallen, desto weniger kann man konkrete Aussagen machen. Aber oft hast du die Sache, dass dein Typ in Monoid liegt und noch irgendwas anderes, wo wir auch später noch dazu kommen. Und dann hast du irgendwie diesen schönen Effekt, der dir sehr nützlich sein kann. Kommen wir in späteren Vorlesungen noch zu. Für den Moment nimm es einfach mal hin. Wir können, das was du eigentlich aus der Section mitnehmen sollst, ist, dass wir auch ziemlich mathematische Strukturen auch in Haskell-Typklassen abbilden können und dann Wissen aus der Mathematik benutzen können, um unseren Haskell-Code zu optimieren. Automatisch, ohne dass der Programmierer was dazu tun muss. Ja? Das ist cool, glaub mir. So. Ich wollte noch zu Functor kommen und noch zu einigem anderen. Okay. Wir haben außerdem eine weitere Typklasse und das ist für diese Woche die letzte, die ich vorstellen möchte. Und viele parametrisierte Typen, die wir so kennen, also Liste, Maybe und so weiter, sind außerdem Instanzen von Functor. Und Functor kann man sich sozusagen als Kontext oder als Container vorstellen. Das geflügelte Wort, was immer umhergeht, ist Functor ist eine Box. So. Und in diese Box kann ich irgendwas reintun. und die Funktion, die für Functor definiert sein muss, ist dieses F-Map hier vorne mit der Typsignatur A nach B. Also ich kriege eine Funktion von A nach B rein und ich kriege irgendwas in meinem Functor. Der Functor ist das F. Und ich kriege irgendein A in meinem Functor und ich gebe irgendein B in meinem Functor zurück. zum Beispiel einen Maybe. Ihr habt einen MaybeInt und jetzt kriegt ihr eine Funktion von Int nach Bool, zum Beispiel Even. Und dann mit F-Map könnt ihr diese Funktion quasi in den Functor hineinheben. Dieses F-Map macht aus eurer Funktion von Int nach Bool eine Funktion MaybeInt nach MaybeBool. Es macht im Prinzip nicht alles, es macht diese Box auf, nimmt den Wert raus, guckt ihn an, schmeißt die Funktion drauf und packt ihn wieder ein. Ihr gebt eine Funktion A nach B rein und dann ein F-A, also irgendetwas, ein MaybeInt oder eine Liste von Strings oder wie auch immer und kriegt ein F-B raus. Jetzt noch einmal kurz aufgepasst. Dieses F, das wir hier beschreiben und wofür wir die Instanzen schreiben, also Liste oder Maybe oder sowas. Das kriegt hier einen A-Parameter und hier einen B-Parameter. F ist also kein Typ, wie wir es bisher immer so hatten, dass wir irgendeinen Typen in eine Typklasse setzen wollen, sondern es ist ein Typ Konstruktor, weil es für alle Fs gilt. Also für alle, also wir können die, also für alle As, die wir hier irgendwie übergehen können. Wir schreiben die Instanz einmal für Liste, dann haben wir Liste Ins, Liste Bulls, Liste Alles und genauso auch sonst. Also der Witz ist, wir schreiben hier für einen Typ Konstruktor und nicht für den fertigen Typen die Instanzen. Wir sehen aber auch gleich noch ein paar Instanzen. Ein paar habt ihr eventuell auch schon in A und D gesehen. Funktor Gesetze gibt es natürlich auch, sind aber nur zwei dieses Mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ID hatten wir in dieser Vorlesung noch nicht direkt behandelt. Das ist einfach nur die Identitätsfunktion, wer in den Übungen war, hat die irgendwie als Fuh1 oder sowas, Fun1 oder sowas geschrieben. Das war die Funktion, die nichts tut, außer ihr Argument zurückzugeben. Das hat den Typen A nach A, der letzte Woche aufgepasst hat, weiß, wenn ich den Typen A nach A habe, kann ich genau eine Sache machen, ich kann das A, was ich reinkriege, wieder zurückgeben. Ansonsten weiß ich ja nichts über den Typen. Deswegen, genau. So, und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne diese ID-Funktion in meinen Funktor heben, das heißt, ich nehme meine Liste zum Beispiel und nehme alle Integers in dieser Liste raus und ich lasse alle diese Integers in Ruhe und packe sie wieder ein. Dann sollte die Liste, auf die diese ID-Funktion angewendet werden sollen, also fmap-ID sollte gleich zu ID sein. Das sollte, ob ich alle Elemente einmal auspacke und sie alle in Ruhe lasse und sie wieder einpacke, sollte genau das gleiche sein, als wenn ich das ganze Ding einfach in Ruhe lasse. Simpel, oder? Genau. Und wenn ich zu diesem Punkt sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr, aber wenn ich zwei Funktionen drauf anwende und sage, okay, ich schmeiße erst diese erste Funktion g rein und zum Beispiel ich nehme alle meine Integers und ich gucke, welche davon größer als 10 sind oder sowas. und dann nehme ich diese ganzen Bulls, die ich da rausbekommen habe und kehre sie um, was auch immer. Dann ist das dasselbe, als wenn ich das zweimal drüber laufen lasse, also erst dieses Ganze drüber laufen lasse und dann dieses Ganze drüber laufen lasse, also erst fmap-g drüber laufen lasse und danach fmap-f drüber laufen lasse, ist dasselbe, als wenn ich nur einen Zugriff auf die ganze Liste mache und dann gleich beide Funktionen hintereinander anwende. Das ist kein Unterschied in der Semantik, das ist das, was hier ausgesagt wird. Der Wert, der am Ende rauskommt, ist genau der gleiche, aber es ist ein Unterschied in der Laufzeit, weil hier auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen muss ich zweimal über die gesamte Liste drüber laufen zum Beispiel und einmal Liste auf, alle Werte in Bulls umwandeln, Liste wieder zu und dann Liste wieder auf, umdrehen, Liste wieder zu. Da muss ich zweimal über die gesamte Liste drüber und wenn ich einen Funktor habe, dann soll das gefälligst genau das gleiche sein, als wenn ich nur einmal über die Liste drüber gehe, jeden Wert einmal anfasse, in den Bull umwandeln und sofort umdrehe. Und das ist auch schon eine wunderschöne Compiler Optimierung, die der Compiler machen kann. Wenn ihr sagt, ich habe hier einen Funktor, Compiler, dass dieses Gesetz gilt und wenn ihr dann fmapg .fmapf irgendwo macht, kann er sagen, ah, warte, ist ja ein Funktor, ich kann das hier ersetzen. Und schon läuft eure Funktion in o von n statt o von n Quadrat. Einfach nur mal so. In o von n statt o von 2 n, was dieselbe o von n Klasse ist. Aber doppelt so schnell. Also was für die Komplexität egal ist, aber für euch im Zweifelsfall nicht. Ob so ein Programm in 6 Stunden oder in 12 fertig wird, kann schon mal relevant sein. Ja, aber das ist nur eine. Es gibt auch andere Typklassen Optimierungen, die euch tatsächlich den o von n Quadrat nach o von n Vorteil rausholen. hast aber Codensity dazu machen wir irgendwie am Ende was. Wenn überhaupt. Genau, so. Technisch gesehen folgt das zweite Gesetz aus dem ersten, das heißt, zumindest in Haskell, das heißt, wenn euer Funktor das erste Gesetz erfüllt, erfüllt er auch garantiert das zweite und das erste Gesetz sollte irgendwie ein bisschen einfacher zu beweisen sein, weil es ziemlich simpel ist. Dazu hat ein schlauer Mensch namens Edward Kmet mal einen Beweis geschrieben. Wer sich den gerne ansehen möchte, findet den unter dieser URL, ist aber kein Required Reading, nur wenn es euch interessiert. Und so für Fun. Genau, die Instanz für Funkte für Listen kennt ihr natürlich schon. fmap von irgendeiner Funktion und leere Liste ist wieder die leere Liste. fmap von irgendeiner Funktion f und einer nicht leeren Liste ist f angewendet auf das erste Element cons fmap prekursiv angewendet mit derselben Funktion auf den Rest der Liste. Die kennt ihr schon, oder? Die habt ihr in A und D gesehen und weil es genau map ist, wie ihr es aus A und D kennt und wenn wir map in scope haben, könnten wir auch sagen instance funktur für Liste where fmap ist einfach gleich map funktioniert so. Genau, wir haben außerdem noch ein paar andere Instanzen maybe ist ein funktur habe ich gesagt jetzt mal so gucken wer wach war was wäre die funktur instanz für maybe wir kriegen irgendeine Funktion f rein und wir maybe ist entweder ein nothing oder ein just are auf diese beiden Fälle solltet ihr also irgendwie eingehen ja exakt wir haben die Instanz für nothing ist wieder nothing weil wie soll ich eine Funktion auf nichts anwenden und wenn wir ein just are haben pattern matchen wir darauf und kriegen dann ein just raus mit der Funktion angewendet auf das are auf das wir pattern matcht haben so wunderbar noch mehr instanzen wir haben außerdem den identity typen kennengelernt insbesondere die Leute die in den übungen waren haben den gesehen ich gehe mal kurz nicht auf dieses new type ein dazu haben wir an anderer Stelle noch ein bisschen und wir haben im Prinzip könnt ihr euch das als einen Konstruktor vorstellen der eine Funktion bereitsteht die euch ein a zurückgibt dieses run äh dieser identity typ hat im Prinzip nur einen Kasten um einen Wert drum dieser Kasten sagt nichts näher aus es sagt nur ich habe diesen Wert und ich habe auf jeden Fall einen der kann auch nicht weg sein oder so mit run identity kommt man da dran identity ist ein ganz normaler Konstruktor identity könnt ihr einen Wert geben und dann kriegt ihr eine identity a draus und mit run identity angewendet auf irgendeine identity a kriegt ihr den Wert wieder zurück das ist das was hier steht in kurz und was wäre jetzt da für die functor instanz es ist wie immer auspacken funktion anwenden und wieder einpacken aber wie würde das hier aussehen ja genau wenn wir wir kriegen ein f und ein i übergeben und dieses i ist dann dieses identity dann wenden wir run identity auf dieses i an dann haben wir das a dann wenden wir f auf das a dann haben wir b und dann packen wir es mit identity genauso wieder ein exakt genau eine noch dann sind wir mit functor auch fertig ich habe hier das das führt so ein bisschen die sachen zusammen die wir jetzt gesehen haben ich habe euch hier mal einen baumtypen hingesetzt wer in a und d war hat den auch schon gesehen ein tree über irgendeinen datentypen a ist entweder ein leeres leerer baum ein ein blatt über den typen a oder ein binärer branch mit zwei weiteren schieß darunter was wäre jetzt die functor instanz ist quasi die functor instanz für maybe so ein bisschen zusammengeschmissen mit der functor instanz für liste was macht man mit einem leeren baum und einer funktion was macht man mit einem blatt und was macht man mit einem branch ja genau irgendeine funktion angewendet auf nil ist wieder nil f wird einfach durchgereicht wie bei maybe und beim branch wird es rekursiv weitergereicht wie bei der liste soweit so klar ich mache das ganze nur so ausführlich weil functor eine typklasse ist die uns über die nächsten wochen häufiger begegnen wird wir machen jetzt nächste woche insbesondere eine typ klassen hierarchie wo functor ganz oben steht und deswegen ist es wichtig dass ihr ungefähr versteht was das sein soll functor ist eine box ist schnell gesagt aber ihr müsst irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln was das so ist und was man damit machen kann weg von dem reinen akademischen wissen dass das halt eine typklasse ist und da muss ein fmap mit folgender Signatur drauf definiert sein ihr müsst eine intuition dafür entwickeln wer noch ein bisschen mehr davon lesen will kann hier sich diese beiden links vornehmen der hier ist ein wunderschönes und relativ leicht verständliches Level finde ich und hier ist es auch nochmal mit wunderschönen verständlichen Bildern aufgeführt die ihr euch eventuell auch nächstes Mal in der Vorlesung über den Weg laufen werden genau also wer weiterlesen möchte schnappt sich bitte diese beiden ansonsten wäre es das jetzt mit functor ja also die die Frage war ob Brett A aus den Übungen auch ein functor war und ich lasse mal kurz Stefan also das Brett A ist ein functor im mathematischen Sinne aber fällt nicht in die Typklasse functor weil functor nur eine Untergruppe der functoren sind aber da sprechen wir glaube ich nach späteren Vorlesungen nochmal genauer drüber über den Unterschied das ist genau das dass du nicht ein A nach B hast sondern B nach A als Funktion aber ist vom Prinzip her dasselbe okay wir haben noch eine Dreiviertelstunde für drei unterschiedliche Themen ich habe also eine Viertelstunde für jedes wir schaffen das okay als allererstes wollte ich noch ein bisschen kurz ein paar Worte verlieren über Funktionen Haskell weil Haskell ist eine funktionale Sprache Funktionen spielen irgendwie eine wichtige Rolle und einiges haben wir letzte Woche noch nicht erwähnt brauchen wir aber in den Übungen und brauchen wir auch für weitere Vorlesungen deswegen lass mich kurz noch ein bisschen expliziter werden Funktionen in Haskell entgegengesetzt zu vielen anderen Programmiersprachen sind First Class Citizens Das heißt Funktionen sind wie alles andere auch Werte die einen Typ haben können die ich umherreichen kann die ich in eine Liste stecken kann die ich in was auch immer andere Sprachen haben das in der Regel nicht also zwar kann man in C irgendwelche Funktionspointer übergeben das ist schon möglich aber zum Beispiel in Java könnt ihr erst seit Kürzestem sowas wie eine Funktion über eine Lambda-Funktion irgendwie irgendwie herumreichen oder sowas und auch nur sehr begrenzt sie dürfen keine Exception schmeißen ansonsten hat man da ein Problem in Python also in neueren Sprachen so wie Python ist das schon ein bisschen möglich aber in Haskell ist es natürlich besonders schön umgesetzt weil Haskell eine reine funktionale Programmiersprache ist und das bedeutet dass wir auch so was wie Funktionen höherer Ordnung haben können das heißt Funktionen die Funktionen als Parameter übernehmen dieses ist ein relativ beliebtes Beispiel dafür Filter nimmt irgendeine Funktion von irgendeinem Typen A nach bool eine Liste von As und gibt eine Liste von As raus die Definition habt habt wahrscheinlich alles schon mal gesehen ich will euch nicht zu sehr damit langweilen insbesondere wenn wir nicht allzu viel Zeit haben aber der Witz daran ist dass wir in Haskell problemlos Higher Order Functions verwenden können die Funktionen annehmen und eventuell sogar Funktionen zurückgeben wir können Funktionen auch verketten mit dem Punkt ich hatte eben angedeutet dass ich nochmal drüber rede und der Punkt ist auch eine ganz normale Funktion in Haskell das ist kein Language Primitive oder sowas das irgendwie tief in die Sprache eingebaut ist das ist einfach nur eine Funktion die zwei Funktionen nimmt und einen Wert und dann einen Wert zurückgibt das soll ich mal kurz diese Typsignatur durch den Kopf gehen ich finde sie recht offensichtlich aber das ist ja immer kein Indikator wir haben eine Funktion die einen B nimmt und ein C zurückgibt dann haben wir noch eine weitere Funktion die ein A nimmt und ein B zurückgibt dann haben wir ein einziges A und geben ein einziges C wieder raus und was der Punkt macht ist das offensichtliche wir nehmen das A schmeißen es in die zweite Funktion schmeißen das Ergebnis davon in die erste Funktion und geben das zurück in der Mathematik ist der Punkt auch als Kringel bekannt in der deutschen Mathematik wenn ihr zwei Funktionen in der Mathematik habt ihr in der Regel F Kringel G die englische Nomenklatur ist da sogar noch ein bisschen besser im englischen sagt man in der Regel statt Kringel sagt man After dass man dann hat F After G sodass man auch in diese etwas umgekehrte Schreibweise reinkommt wenn ihr F Kringel G habt wendet ihr zuerst G an und danach auf das Ergebnis F genauso wie es hier auch dargestellt wird Haskell orientiert sich oft genug an der Mathematik deswegen kommt nicht zuerst die Funktion A nach B und dann B nach C sondern so rum wie in der Mathematik dass es so rumläuft warum wollen wir irgendwie Funktionen verknüpfen das ist in der Regel A oft übersichtlicher irgendwie dann müssen wir nicht irgendwie ganz viele Klammern machen okay ich habe jetzt hier meinen Wert oder wende ich eine Funktion drauf an klammern darauf wende ich dann die nächste Funktion an klammern darauf dann die nächste klammern darauf dann die nächste klammern sondern wir können einfach sagen okay ich habe diese paar Funktionen ich setze einfach Punkte dazwischen und wende das einmal auf den Wert an das ist einerseits hübscher und irgendwie leichter lesbar und auf der anderen Seite kann das sogar effizienter sein weil sich dann Haskell nicht die ganzen Zwischenergebnisse merken muss wenn ihr sagt okay ich wende diese Funktion an dann muss Haskell das einmal ausrechnen und zwar das gesamte Ergebnis und dann muss es dafür Speicher allozieren und dann kann es das Ergebnis erst wenn es ausgerechnet ist in die nächste schieben und so weiter wenn ihr sagt okay ich schmeiße diese Funktion sowieso alle hintereinander dann weiß Haskell dass es sich nicht Platz für die Zwischenergebnisse freihalten muss genau mal in Code Beispielen so würde das aussehen ich habe hier irgendeinen String ich teile den mit der Funktion Words irgendwie an der an den ganzen Leerzeichen in dem String dann habe ich eine Liste von Strings die drehe ich um und dann setze ich zwischen die ganzen Wörter die ich dann habe wieder Leerzeichen mit Unwords was im Prinzip die Wörter in meinem Satz umdreht also nicht die Wörter selbst sondern die Reihenfolge der Wörter und hier haben wir das einmal in Unhübsch aufgeschrieben ohne Punkte und hier einmal mit Punkten wie gesagt das hier ist jetzt nicht in diesem konkreten Fall ist es nicht unbedingt effizienter aber auch nicht weniger effizient und ich finde einfach das hier ist übersichtlicher und das ist einfach so es wird als guter Stil erachtet das so hinzuschreiben genau wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen okay anstatt hier irgendwie zu schreiben reverse von string ist unwords reverse words von string können wir in den sogenannten point freestyle übergehen und sagen okay das ist ref ist einfach unwords .reverse .words dieses string hier und da können wir auch weglassen anstatt zu sagen okay wir nehmen ein string als explizites argument hier und wenden dann unsere ganze funktion auch direkt darauf an können wir auch sagen okay ich gebe dir einfach eine funktion string nach string ihr merkt dass das dieselbe typesignatur ist und das hat einen grund und sage einfach nur reverse ist einfach nur onwards .reverse .words das können wir also auch so machen und an der Stelle ist normalerweise immer derselbe Einwand warum heißt das point freestyle es hat viel mehr Punkte als das da oben ja das stimmt aber das point in point freestyle bezieht sich nicht auf den character des punktes sondern auf das konzept eines punktes in einem topologischen raum wieder mal mehr mathe die sache ist wenn ihr zum beispiel die den gesamten typen von string habt dann ist der string den ihr reingebt ein Punkt und insbesondere dieses string hier vorne auf das wir pattern matchen oder dass wir in die gleichung mit reinschreiben das ist ein ganz spezieller punkt in diesem größeren raum und auch der braucht speicherplatz auch der muss irgendwo hingeschrieben werden und wenn wir darauf verzichten und diesen Punkt halt nicht mit hinschreiben ist die Funktion die gleiche aber sie heißt ist halt point free das ist generell wieder hübscher und manchmal auch effizienter kommt ein bisschen darauf an aber auf jeden Fall hübscher und wird auch generell als gutes Tier betrachtet man kann so ziemlich jede Funktion auch point free schreiben das ist nicht immer eine gute Idee es gibt da ein Tool online das ihr euch anschauen könnt das treffenderweise pointless genannt wird und das wendet jede Funktion die ihr eben so gibt in point freestyle um da kommen dann aber teilweise ziemlich unleserliche Monstrositäten raus ich wollte es euch nur einmal gezeigt haben bei manchen Funktionen so hier zum Beispiel ist das einfach hübscher ok weiter in Funktion Curryfizierung Curry hat nichts mit dem Gewürz zu tun sondern das ist benannt nach dem Mathematiker und Logiker Haskell Curry ratet mal was noch nach ihm benannt ist und das Funktionen in Haskell schreiben wir halt normalerweise so dass wir irgendwie ein a haben ein b ein c und dann ein d raus kriegen in anderen Programmiersprachen haben wir normalerweise irgendwie eine Tuple wir schreiben wir rufen irgendeine Funktion in Java auf und dann schreiben wir den ersten Parameter zweiten Parameter dritten Parameter irgendwie in den Funktionsaufruf mit rein und wir müssen das alles mit angeben und dann können wir es erst dann können wir es aufrufen in Haskell müssen wir das nicht wir können auch sogenannte partial application machen das heißt wir geben nicht alle Argumente mit für hier würde das bedeuten dass wir wenn wir uns diesen Typen hier mal genauer ansehen dass alles das auch Lesarten sind wie wir diesen Typen hier interpretieren können ganz normal wäre eventuell okay a nach b nach c nach d heißt ich gebe ein a rein und ich gebe b rein und ich gebe c rein und ich kriege d raus was wir aber auch machen können weil die Klammern können wir immer nach rechts schreiben also nach assoziativ nach rechts können wir die Klammern aufbauen oder auch weglassen was das auch sein kann ist dass wir einen a reingeben und einen b reingeben und stattdessen eine Funktion von c nach d raus kriegen genauso dass wir nur einen a reingeben und eine Funktion raus kriegen die ein b nimmt und eine Funktion von c nach d zurück gibt also können wir beliebig viele Funktionsparameter übergeben am Anfang und kriegen dann eine entsprechende Funktion die nur noch den Rest erwartet wieder raus macht das Sinn du guckst skeptisch das hier oben ist unklar also normalerweise musst du halt alle Argumente an eine Funktion sofort übergeben du kannst in Java nicht einfach eine Funktion mit drei Argumenten nur mit zweien aufrufen nö geht nicht da würde sagen number of arguments expected bla keine Ahnung der wird rumheulen dass du nicht genug Argumente übergeben hast so und was Haskell stattdessen kann ist in Haskell kannst du sowas machen du kannst nur die ersten zwei Argumente angeben zum Beispiel wenn du drei erwartest und dann kriegst du natürlich nicht den Wert am Ende raus weil du noch nicht alle Argumente angegeben hast die du brauchst du kriegst dann aber eine Funktion zurück genau in Haskell geht das du kannst auch eine gecurryte Funktion in eine nicht gecurryte umwandeln es gibt da es gibt da eine Funktion in der Prelude die überraschenderweise uncurry heißt das geht auch aber in der Regel ist es vorteilhaft sie gecurryt hinzuschreiben so wie da wenn ihr euch an die Slide zu den Monoiden erinnert da habe ich auch geschrieben Punkt hat den Typ m kreuz m nach m also nimmt einen tuppel aus zwei m die Mathematiker machen das in der Regel so aber hier kann man man kann halt auch sagen okay warum sollten wir uns irgendwie darauf beschränken dass wir alles sofort haben müssen wenn wir genauso gut eine Funktion rübergeben können die dann nur noch auf das dritte erwartet das hat durchaus mal Vorteile wenn du Funktionen an andere Funktionen übergibst du hast die ersten beiden Werte hast du jetzt und musst erst ein bisschen rechnen bis du den dritten hast da kannst du erst mal die Funktion schon rübergeben und musst dich an der Stelle warten bis du alle drei Elemente hast wenn ihr etwas größere Projekte schreibt wird das eventuell auch mal nützlich sein ich oder dass wir einfach eine Funktion hier haben die ein also hier geben wir den konkreten Wert rein und geben auch einen konkreten Wert am Ende wieder raus aber hier unten bei ref doppelprime haben wir einfach nur eine Funktion von String nach String ja genau wir können hier bei dieser Folie können wir auch die so verstehen dass wir eine B nach C Funktion reingeben eine A nach B Funktion reingeben und eine A nach C Funktion rausbekommen ja genau aber wenn wir dann das A noch dazugeben dann kriegen wir auch das C aber ansonsten geben wir mit Punkt kriegen wir auch einfach nur die Funktion weiter wenn wir jetzt noch ein paar Slides zurückgehen würden dann seht verschieben aber das ist wichtig wir haben in Functor diese hier wir haben A nach B nach FA nach FB ich habe das ebenso erklärt als würde das bedeuten okay ich kriege eine Funktion und irgendeine Liste und dann wende ich die Funktion auf alle Elemente in der Liste an ja richtig so kann das funktionieren aber eine andere Möglichkeit das zu sehen ist dass ich nur eine Funktion die einen Functor um einen A zu einem Functor um einen B macht das geht also ganz schön weit in die Welt hinein und das ist alles weil das so gecurried aufgebaut ist in Haskell geht sowas in Python geht sowas teilweise auch wenn man Dinge anfängt zu importieren es ist aber nicht ansatzweise so hübsch dieses simple weitergeben funktioniert nicht du musst immer erst ein Partial Ding aufrufen und dann irgendwie die Funktion reinsetzen und dann darfst du aber nicht die Klammern wie bei einem normalen Funktionsaufruf reinsetzen weil dann wird es dann schon ausgeführt also das in Python ist nicht so wunderschön es geht aber auch und in Haskell ist es halt der Standard dass es so gecurried ist das hat halt seine Vorteile weil man dann auch teilweise die Funktion rumsetzen im Sinne dieser hat nicht wirklich einen Vorteil weil wenn du alle drei Argumente hast dann kannst du sie auch alle sofort an die gecurried Funktion übergeben aber wenn du nicht alle drei Argumente sofort hast dann kannst du sie nur irgendwie weiterreichen wenn du sie gecurried hast gut das ist ein Fakt und der führt uns zu einem weiteren Fakt alle Funktionen in Haskell nehmen genau einen Parameter das ist ein Fakt weil wenn wir uns das hier angucken in Wirklichkeit ist es so dass wir wenn wir eine Funktion a nach b nach c nach d haben das ist in Wirklichkeit eine Funktion die ein a annimmt und eine Funktion zurück gibt die ein b nimmt und eine Funktion zurück gibt die ein c nimmt und d raus gibt das ist diese Sprechweise dass wir sagen okay Fu nimmt drei Parameter und gibt ein d raus ist nur Zucker in Wirklichkeit ist es so und ich mache mit euch also alle die Funktion die mehr als einen Parameter nehmen zu scheinen geben in Wirklichkeit nur Funktionen zurück die dann wieder einen Parameter nehmen und wieder Funktion zurück geben etc natürlich wenn man alle Parameter schon hat dann kann man sie alle sofort geben und dann kriegt man am Ende tatsächlich sofort den Wert weil alle diese Funktionen sofort angewendet werden können aber in Wirklichkeit haben alle Funktionen in Haskell genau einen Parameter wenn wir jetzt mal sagen dass konstante Funktionen keine Funktion sind alle Sachen die einen Pfeil drin haben ich mache mit euch gerne den Deal dass wir weiterhin sagen können Filtern in zwei Parameter eine Funktion und eine Liste blablabla mache ich auch gerne und es ist die Sprechweise an die wir gewöhnt sind aber das läuft nur so lange dass nicht dem Verständnis im Weg steht wenn wir in den Übungen in drei Wochen Filter größer 0 oder sowas rumreichen und das dann auf verschiedene Listen zum Beispiel anwenden dann bitte nicht ankommen und sagen ja aber wir haben ja Filter hier nur ein Argument gegeben und Filter nimmt doch eigentlich zwei Argumente was geht denn da ja es ist halt genau der Witz wir können Filter nur ein Argument übergeben und dann haben wir eine Funktion die dann nur noch eine Liste nimmt und eine Liste rausgibt also wir können gerne weiter so sprechen wie gewohnt aber bitte nur solange das nicht dem Verständnis im Weg steht ja bitte fragen immer gut bitte unterbrecht mich wenn ich irgendwie Müll erzähle oder oder unverständlich bin ja genau haben wir hier irgendwo wir haben es hier ein bisschen haben wir das irgendwo noch hübscher du meinst zum Beispiel hier ich versuche jetzt deine Frage zu wiederholen und du sagst mir ob ich das gut wiedergegeben habe die Frage war so glaube ich ob das irgendwie ob Funktionsdefinitionen wie Filter hier auf eine besondere Art und Weise geschrieben werden müssen damit diese Qualifizierung wunderschön funktioniert oder ob ich die einfach nur genau so hinschreiben kann und egal ist das deine Frage gut die Antwort darauf ist es ist egal ich muss nichts spezielles machen ich kann es genauso schreiben wie ich es hier geschrieben habe und auf alle Parameter matchen und ich kann Filter hier auch wenn ich es genauso definiert habe wie es hier steht so ist es auch definiert kann ich trotzdem Filtern nur eine Funktion übergeben und es funktioniert trotzdem dieses Handeln von wo jetzt was hingehört und wie wir das weitergeben das übernimmt Haskell für euch ihr könnt genau so schreiben wie es hier steht wie ihr Filter definieren wollt und trotzdem nur eine Funktion übergeben und die trotzdem hin und her reichen und das klappt dann trotzdem weil an Werte von dieser Ausgabeliste hier kommt ihr so oder so egal was ihr macht erst dran wenn ihr alle Argumente übergeben habt an einen Wert kommt ihr vorher nicht dran und deswegen kann man das auch ganz nach diesem Schema hier auswerten lassen es ist jetzt nicht irgendwie ein Problem dass wir hier auf alles gematcht haben und ich dann aber eigentlich nur ein Argument reingegeben habe an Werte komme ich sowieso nicht bevor ich einen Wert haben kann muss ich alles übergeben haben aber ich kann jetzt erstmal sagen okay dieses Filter dem gebe ich jetzt erstmal nur einen größeren Null oder sowas und dann habe ich eine Funktion und diese Funktion muss ich noch einen zweiten Wert geben und die gibt mir dann die Ausgabeliste und dieses ganze Handling dazwischen übernimmt Haskell du kannst das genauso schreiben wie du sonst auch gewohnt bist das bedeutet dass alle Funktionen in Haskell per Default gecurried sind okay wunderbar genau wie gesagt das ist auch eine Sache die ihr heute gelernt habt die wissen gar nicht so viele so 24 Minuten für Lazy Evaluation und Purity ich fürchte fast dass wir Purity nächste Woche schubsen mal gucken okay jedes Mal wenn ich über Laziness spreche werde ich dieses Zitat hören weil es mein absolutes Lieblingszitat ist zu Lazy Evaluation und es sagt im Prinzip wir haben Garbage Collection auf der einen Seite und Laziness auf der anderen Seite Garbage Collection sorgt dafür dass ein Wert aus dem Speicher rausgelöscht wird wenn wir ihn nicht mehr brauchen und es kümmert sich darum dass eine sinnvolle Implementation davon zur Verfügung steht was wenn wir es nicht mehr brauchen heißt aber wenn ihr irgendwo einen Wert im Speicher habt und nichts pointet mehr dahin dann werdet ihr den Wert nicht mehr brauchen also können wir ihn wegschmeißen und Lazy Evaluation ist jetzt am anderen Ende und sagt okay wir haben hier zwar diesen Wert stehen aber ich habe den noch nicht berechnet und ich berechne den auch nicht bevor ich ihn nicht tatsächlich brauche und ansonsten berechne ich ihn halt gar nicht aber einmal zur generellen Idee wie gesagt Lazy Evaluation ist eine Auswertungsstrategie die sagt dass ich erst abwarte bis ein Wert konkret abgefragt wird bevor ich den Ausdruck auswerte ich habe zum Beispiel zum Beispiel habe ich hier einen Tupel mit Length Hello World und 3 plus 4 wenn ich das irgendwie so in den GHCI eingebe habe ich da nicht ein Tupel drin stehen mit 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 habe ich da keinen Tupel mit 12 und 7 drin stehen sondern ich habe da ein Tupel drin stehen in dem in dem 2 Thunks sitzen und Thunks sind einfach nur unausgewertete Berechnungen Berechnungen die noch nicht fertig sind so ich habe dann dieses Tupel da und erst wenn ich dann sage okay und jetzt gib mir mal bitte den zweiten Wert von dem Tupel erst dann wird 3 plus 4 gerechnet und mir wird 7 zurückgegeben wenn ich dann den ersten Wert des Tupels nie abfrage wird er auch nie berechnet naja warum machen wir das ist immer eine gute Frage naja wir wollen gerne vermeiden dass wir Dinge berechnen die wir überhaupt nie brauchen und es bedeutet auch dass wir wir halten diese Thunks in einem Graphen vor das Haskell Runtime System baut da einen Graphen auf und der der repräsentiert die Thunks und diese Thunks werden halt erst ausgerechnet wenn sie abgefragt werden insbesondere ist es vielleicht interessant zu wissen dass das tatsächlich ein Graph ist und nicht etwa ein also es ist ein Graph und nicht etwa ein Baum was man normalerweise eventuell denken würde weil ein Baum führt immer nur auseinander und nie wieder zusammen aber in Haskell ist es durchaus so dass wenn ihr irgendwie 3 plus 4 hier in diesem Tupel berechnet und dann nochmal 3 plus 4 irgendwo anders hinschreibt dann wird das Haskell Runtime System in diesen Graphen aufbauen und da ist ein Thunk für 3 plus 4 und wenn ihr den ausrechnet steht es an beiden Enden zur Verfügung und nicht nur an dem einen es muss nicht zweimal ausgerechnet werden wenn ihr es zweimal angebt das nennt sich Sharing auch das dazu da ich muss weniger rechnen mein Code läuft schneller genau unnötige Berechnungen vermeiden und Laufzeit einsparen genau wunderbar was heißt das das heißt dass wir einen generellen Lazy Control Flow haben die allermeisten Programmiersprachen haben Short Circuits uns und Short Circuit odors was heißt das das heißt wenn ihr angenommen ihr habt irgendeine total teure Berechnung ihr habt irgendeine Berechnung die dauert 5 Minuten und die müsst ihr halt ausführen und am Ende kriegt ihr True or False zurück und jetzt habt ihr eine billige Berechnung die recht schnell geht ein paar Millisekunden und ihr wollt wissen ob die beide stimmen also cheap und und costly so und die meisten Programmiersprachen setzen das so um okay wenn ich jetzt ich fange einfach an beide zu berechnen und wenn ich mit dem einen fertig bin gucke ich mal aha guck mal das cheap hat schon hat schon False ergeben ich weiß schon also es ist also ist mein Ausdruck False und und irgendwas was ich noch nicht weiß die meisten Programmiersprachen heutzutage brechen da schon ab und das ist auch sinnvoll so weil False und irgendwas ist immer False und es wäre ja sinnlos jetzt da endlos weiterzurechnen bis ich das andere Ergebnis auch habe sondern einfach abzukürzen ist schneller genau und in Haskell ist das einfach sinnvoll zu Ende gedacht also genauso wie bei oder True und irgendwas ist auf jeden Fall True und in Haskell ist das einfach nur zu Ende gedacht und Lasiness ist einfach der Default zum Beispiel kann ich mir eine Funktion definieren die nimmt zwei Integer und gibt einen Integer raus und sagt okay den zweiten will ich aber gar nicht benutzen und ich gebe ich nehme einfach den ersten Wert und mal zwei und gebe ihn dann zurück und wenn ich jetzt hier Foo mit 128 und Undefined aufrufe kriege ich sofort 256 Undefined sollte ich vielleicht erwähnen ist ein Wert der in allen Typen wohnt Und Undefined hat also den Typen A den ganz allgemeinen Typen das ist ein das ist ein Int das ist ein String das ist ein Tuple aus zwei Funktionen von Bool nach Bool alles was ihr wollt es hat aber die Eigenschaft dass sobald Undefined ausgewertet wird euer Programm crasht sobald irgendwo das Haskell Runtime System merkt okay ich habe hier ein Undefined und ich soll es auswerten ist es tot Angesichts der Zeit gehe ich jetzt nicht allzu sehr darauf ein wofür man das sinnvoll brauchen kann aber lasst es euch gesagt sein für die Entwicklung ist das schon ziemlich hübsch zum Beispiel irgendwie kann ich sagen okay ich habe hier meine Funktion Typsignatur bla und meine Funktion ist erstmal einfach nur gleich Undefined dann steht die Typsignatur schon mal da und ich kann mir später darüber Gedanken machen wie ich die implementiere das ist schon recht hübsch ja Undefined ist auch in Bottom ja genau ich habe gesagt es wohnt in jedem Typen also auch in Bottom richtig und das ist so also auch in dem Typen in dem eigentlich nichts wohnt ja das ist eine der Unschönheiten des Haskell Typsystems und deswegen kann man auch Haskell nicht als Theorem Prover benutzen also du kannst nicht irgendwie einen komplexen mathematischen Ausdruck irgendwie in den Typ stecken und dann und dann sagen ja ja wenn das Typ checkt dann funktioniert es weil das du halt auch es auch immer Typ checken würde wenn du einfach Undefined hinschreibst ja genau also ja das wohnt auch in Bottom ich würde aber jetzt gerade nicht allzu viel dazu sagen weil wir nur noch eine nur noch eine Viertelstunde haben und wir sowieso noch in einer späteren Vorlesung wahrscheinlich drauf eingehen genau aber was wir außerdem machen können ist wir können zum Beispiel sagen wir nehmen hier diese Language Extension Bank Patterns eine Language Extension ist wenn ich sage okay ich habe hier zwar meinen Compiler das ist der GHC der ist schön und gut aber ich möchte gerne noch dies und das und jenes mehr haben was aber nicht unbedingt immer Sinn macht dann kann ich eine Language Extension dafür schreiben das ist nicht etwas was für alle User immer richtig ist sondern aber in diesem speziellen Fall weiß ich genau was ich damit tun möchte und eine davon ist Bang Patterns und Bang Patterns also Bang ist im Englischen der Name für ein Ausrufezeichen und das heißt wenn ich jetzt hier ein Ausrufezeichen vor diesen zweiten Parameter schreibe sage ich okay Heskel diesen Parameter wertest du auf jeden Fall aus es ist mir scheißegal was dein Graph sagt bitte jetzt sofort hier an dieser Stelle auswerten und wenn ich dann diese Funktion mit 128 und Undefined aufrufe passiert genau das der wird ausgewertet und wenn Undefined ausgewertet wird fliegt eine Exception und das Programm ist tot und ich kriege keinen Wert zurück genau also das ist der Unterschied zwischen Strictness oder Eager Evaluation wie man es also das ist das ist nicht alles genau dasselbe aber im Groben und Ganzen und ich glaube die Feinheiten werden jetzt auch gerade an euch verloren so aber im Sinne von das ist der Unterschied zwischen Lazy ist es mir egal dann werte ich es halt auch nicht aus und alles ist gut und ich werte es auf jeden Fall aus so wie die meisten Programmiersprachen das machen dann kann mir das kaputt gehen genau eine andere ein anderes hübsches Beispiel ist unendliche Datenstrukturen haben wir auch letzte Woche schon einmal kurz drüber geredet ich würde jetzt ganz gerne nochmal kurz drüber reden ein bisschen genauer und zwar können wir in Haskell mit Laziness auch sogenannte unendliche Datenstrukturen aufbauen diese Datenstrukturen sind natürlich nicht wirklich unendlich natürlich sind sie irgendwie dadurch begrenzt wie viel Speicher ihr in eurem Rechner drinstecken habt und wie viel Rechenpower eure CPU so hat aber sie agieren wie unendliche Datenstrukturen für die Zwecke die ihr so habt zum Beispiel haben wir hier eine Liste FIPS und da stehen Integers drin und ich sage einfach okay FIPS fängt mit 0 an danach kommt eine 1 und danach kann ich die folgenden Elemente kann ich alle lazy generieren und ich sage einfach okay ZIPWITH plus FIPS und TAILFIPS okay ihr wisst wahrscheinlich nicht alle wie das genau funktioniert nein gut wunderbar ich habe nicht damit gerechnet aber für den Fall dann hätte ich mir ein bisschen Zeit sparen können okay FIPS ist die Liste selbst okay ich sage 0 1 und dann irgendwas so TAILFIPS TAIL ist eine Funktion auf Listen die das erste Element wegschmeißt und den Rest der Liste zurückgibt plus ist die Operation für mathematische Addition und ZIPWITH ist eine Higher Order Function die eine Funktion von A nach A nach A nimmt Typ Checker im Kopf sagt ja und dann zwei Listen von A und was es macht ist okay ich habe diese Funktion von A nach A nach A und zwei Listen von A ich nehme das erste Element beider Listen haue sie zusammen das ist mein erstes Element ich nehme das zweite Element beider Listen haue sie mit der Funktion zusammen das ist mein zweites Element ich nehme das dritte Element beider Listen haue sie zusammen und so weiter und was hier also passiert ist dass ich FIPS also Lull 1 Punkt 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 und TAILFIPS also 1 Punkt 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 mit Plus zusammen haue und das passt dann halt genau auf die Definition der Fibonacci Zahlen ich sage 0 1 und dann nimmt ZIPWITH sich FIPS also die ganze Liste nimmt sich das erste Element aus FIPS also 0 und das erste Element aus TAILFIPS also 1 nimmt sie zusammen und gibt 1 zurück so dann nimmt es sich das zweite Element aus beiden Listen das ist einerseits die 1 hier die schon Feststand und andererseits die 1 hier die FIPS gerade ausgerechnet hat und haut die zusammen dann also 2 dann haben wir also schon 0 1 1 2 und so weiter und so fort dann haben wir die Fibonacci Zahlen und das Schöne ist jetzt daran es ist jetzt egal ob wir eine Fibonacci Zahl haben wollen oder 2 oder 300 oder 4 Millionen diese Datenstruktur können wir überall so verwenden wir können einfach sagen okay gib mir die erste dann kriege ich sofort 0 ohne dass irgendwas ausgerechnet oder ich sage gib mir die hundertste dann werden genau 100 berechnet also werden 98 berechnet plus die beiden dann kriege ich genau die und ich kann das an allen Punkten in meinem Programm irgendwie benutzen ohne dass ich es irgendwie unterschiedlich berechnen muss ich mache dazu nochmal ein anderes Beispiel wir haben hier Frankreich und es gibt in der Mathematik einen Satz der besagt dass wenn ich so eine 2D Landkarte habe wo irgendwie Regionen eingezeichnet sind die Grenzen haben dann kann ich mit 4 Farben jede Landkarte egal welche Landkarte ihr mir gibt ob Europa ob die Staaten ob irgendwas was ihr euch ausdenkt können die lustigsten Shapes drin sein mit 4 Farben kann ich sie alle so einfärben dass keine 2 Regionen die sich eine Grenze teilen dieselben Farben haben weil das wäre unglücklich wenn jetzt irgendwie hier diese Region orange wäre und diese hier auch dann könnte man die sehr schlecht auseinanderhalten aber mit 4 Farben kann ich jede 2D-Karte so einfärben dass das niemals passiert Fun Fact der 4 Farben Satz also genau das dass das stimmt das war einer der ersten Sätze in der Mathematik die mit der Unterstützung eines Computers bewiesen wurden und deswegen gibt es also gab es sehr stark und gibt es auch heute noch zum Teil Leute die sich weigern das als Beweis anzuerkennen und gesagt nein das hat kein Mensch irgendwie überprüft das ist ja nur der Computer aber der Witz war halt dass man halt in den Computern so eine lange Liste von möglichen Szenarios eingeben konnte und der gesagt hat okay hier hast du 5 Millionen Fälle überprüf mal ein Computer stört das nicht Menschen schon wie bitte 1, 2, 3, 4 ich glaube das ist der Beamer weil der hier gelb irgendwie mit reinfärbt du siehst auch dass das also das ist jetzt für die Leute auf YouTube sehr verwirrend aber zwei Regionen scheinen hier eine graue Einfärbung zu haben aber wenn du wenn du genauer hinguckst ist diese hier auch ein bisschen heller als die hier das sind es ist glaube ich in Wirklichkeit blau und das hitze ich zu grau weg aber gut aufgepasst genau und selbst wenn es 5 wären mit 4 geht es trotzdem genau so und jetzt angenommen wir haben irgendeine Funktion der wir irgendeine farbenlose Karte reingeben und dann eine Liste von allen möglichen Einfärbungen rauskriegen ich gehe jetzt nicht darin ein wie das genau geht cleverness goes here dann kann ich diese Karte kann ich diese Datenstruktur verwenden für verschiedenste Sachen zum Beispiel irgendjemand kommt zu mir und sagt mir gib mir eine Einfärbung mir egal welche ich will nur irgendeine Karte drucken bla ist mir egal okay dann sage ich okay Head Solutions oder dann kommt aber der Nächste sagt nee ich will jetzt bitte ich will jetzt bitte alle Einfärbungen wo die Normandie rot ist dann sage ich okay Solutions filter ich nach irgendeiner Funktion bla und dann kann ich die zurückgeben und egal was unsere Aufgabe ist oder was wir damit machen es wird immer nur genau so ausgewertet wie wie weit wir es brauchen und das ermöglicht uns halt wieder ein Stückchen Code Reuse ich kann dieselbe Funktion Solutions verwenden egal wie viel ich haben will stellt euch vor ihr wollt das in Java programmieren dann ist es eine sehr unterschiedliche Programmieraufgabe ob ihr alle haben wollt wo Florida oder die Normandie rot ist oder ob ihr nur irgendeine haben wollt das sind zwei unterschiedliche Dinge die müsstet ihr unterschiedlich programmieren natürlich gibt es auch in anderen Sprachen es gibt da immer so ein Überschwapp immer wenn Haskell irgendwas sinnvolles hat und das irgendwie genug Aufmerksamkeit auf sich zieht dann taucht das auch plötzlich irgendwann später in anderen Sprachen auf in unrelated news C++ 2014 kriegt irgendwie Monaden oder so 2017 kriegt irgendwie Monaden oder sowas ja es kriegt ein pur Keyword und alles mögliche genau wo war ich genau und wir können das halt immer genau wir können genau diese eine Sache wiederverwenden und das geht in anderen Sprachen auch da war ich und es ist aber lange nicht so nicht so einfach ihr müsst da irgendwie einen Generator für basteln und da müsst ihr wieder Dinge für importieren und euch hier noch ein Framework einlesen es geht auch aber es ist kompliziert in Haskell ist das einfach so und einfach nur weil wir Laziness haben das ist eigentlich eine sinnvolle Sache da mussten sich einmal ein paar Leute genug Gedanken über über das Runtime System machen und wir profitieren jetzt einfach für eine ewige Zeit davon und das ist so ein Schema was in Haskell wieder und wieder auftaucht wenn man Dinge von Anfang an richtig macht kriegt man hinterher ziemlich viele Goodies dafür raus im Sinne von okay sowas wie Lazy Evaluation wenn ihr die richtige Aufgabe reingebt kann euch das teilweise davor bewahren eine exponentielle Laufzeit zu haben weil wir einfach merken okay dieser Ausdruck hier wird wieder und wieder ausgewertet wir berechnen den einmal und sperren den einfach weg oder ja darüber rede ich jetzt eigentlich nächste Woche wahrscheinlich noch mehr weil wir haben jetzt nur noch fünf Minuten da kriegen wir Purity nicht mehr durch genau ich sage gleich noch ein bisschen was dazu aber im Sinne von jetzt habe ich meinen Faden verloren auch egal okay ich wollte noch kurz was zu Problemen mit Laziness sagen weil auch wenn das natürlich seine Vorteile hat kann es in gewissen Situationen auch unvorteilhaft sein und ihr solltet wissen was das für Situationen sind zum Beispiel sehr beliebt bin ich auch schon mehrmals drauf reingefallen File I.O das heißt I.O also Input Output ist in Haskell auch lazy das bedeutet wenn ihr sowas macht wie ihr es aus Java oder sowas gewöhnt seid ich mache ein File auf ich schiebe den Text der da drin steht in meine Variable und dann mache ich das Pfeil wieder zu und dann mache ich irgendwas mit dem Text ja was Haskell sich denkt ist okay er macht das Pfeil auf schiebe das da rein ja okay mache ich dann wenn er es haben will mache das wieder zu okay schmeiße ich weg und dann sage okay und jetzt sollte ich irgendwas mit dem Text machen aber ich habe den Text ja gar nicht gelesen nicht wirklich weil es noch nicht abgefragt wurde und an der Stelle wäre halt irgendwie sagen okay Pfeil auf jetzt bitte strikt den Text rauslesen den möchte ich wirklich da drüben haben Pfeil wieder zu dann geht das auch sowas passiert häufiger mal in bestimmten Sachen kann es gerade wenn es immer über so einen Graphen laufen muss kann das auch zu Performance Einbußen führen die Situation wo das jetzt genauso vorkommt will ich jetzt nicht alle ausbreiten ich bin gerade dabei jemanden als Gastredner für irgendwie eine spätere Vorlesung zu überzeugen dass der euch ein bisschen was dazu erzählt Exception Handling ist irgendwie nicht so super es gibt noch eine Reihe davon aber das was ihr irgendwie mitnehmen sollt über Laziness ist dass das an vielen Stellen sinnvoll ist dass man es umgehen kann wenn man möchte mit diesen Bank Patterns zum Beispiel es gibt noch ein bisschen anderes insbesondere wenn man sehr sehr hohe Anforderungen an seinen Code hat im Sinne von ich brauche jetzt wirklich jede letzte Millisekunde die ich aus dem Code rausquetschen kann dann werdet ihr euch nicht umherkommen euch genau mit Laziness und Strictness auseinanderzusetzen die Feinheiten brauchen so einiges an Skill es gibt auch da irgendwie noch weiterhin Diskussionen ob es jetzt irgendwie ein strikter Default sein sollte oder ein Lazy Default ich halte Lazy Default für eine sinnvolle Sache insbesondere auch damit man es mal gesehen hat Haskell ist ja ursprünglich auch mal eine Forschungssprache gewesen ja genau Purity bla 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 so was haben wir heute gelernt zu Purity komme ich dann nächste Woche nochmal genau wir haben uns heute Typklassen nochmal genauer angesehen wir haben Monoide in der Mathematik und Monoide in Haskell kennengelernt wir haben Funktor einmal kurz eingeführt dazu Fragen weil das wäre jetzt noch so die Gelegenheit wenn ihr irgendwie seitdem nochmal was gemerkt habt das irgendwie unklar war wie bitte doch doch aber ich glaube du hattest währenddessen dein Handy angeguckt oder sowas ne er hat das M-Wort gesagt nein Monoide haben wir uns angeguckt sowohl in Haskell als auch in der Mathematik dieses andere M-Wort kommt nächste Woche genau wir haben Funktionen Funktionsverkettung angeguckt Partial Application und die Qualifizierung mit dem Deal dass dass ihr jetzt wisst dass alle Haskell Funktionen nur einen Parameter nehmen aber wir andersrum sprechen können wenn es sinnvoll ist bei Lazy Evaluation kennt ihr jetzt warum wir das so machen unendliche Strukturen und Kontrollfluss haben wir uns angeguckt und eventuell wisst ihr jetzt auch wo da die Probleme sind also wenn es jetzt noch Fragen gibt wäre jetzt die Möglichkeit wir haben noch zwei Minuten ja der Graf über den ich geredet habe das ist ein Mensch der in einem alten Schloss lebt das auf einem Hügel also nein der Graf ist dass sich das Haskell Runtime System merkt okay hier ist dieser Thunk und da ist eine Berechnung zum Beispiel Länge von irgendeinem String oder sowas und ich berechne den noch nicht erst wenn er wirklich abgefragt wird und die Sache ist dass sich das Haskell Laufzeit System das so halt für jeden Ausdruck den es so in dem Programm findet merkt aber der Witz daran ist dass es ein Graf ist also dass es ein allgemeiner Graf ist und kein Baum Bäume sind auch Grafen aber eine spezielle Art und das ist es halt nicht sodass du auch sowas haben kannst jetzt ist wieder das was die Leute auf YouTube total furchtbar finden ein Tafelbild ich versuche es aber zu beschreiben in einem Baum hast du solche Knoten und es gehen immer solche Knoten ab so bla genau und das sind jetzt alles diese Knoten sind alles Ausdrücke die du auswerten müsstest so in einem Haskell Laufzeit System kannst du aber auch sowas haben wie so und von diesen beiden Knoten geht einer in der Mitte ab also wir haben hier einen Baum der sich zweimal binär splittet und wo keine Nodes geteilt werden und auf der anderen Seite haben wir so einen Diamanten und dass wir den hier nur einmal haben wenn dieser Ausdruck hier zweimal vorkommt dann können wir ihn auch zusammenfassen und dann müssen wir ihn nur einmal ausrechnen statt zweimal ja der merkt sich also welche Ausdrücke er berechnen muss und berechnet sie auch nur genau erst wenn er sie wirklich braucht und auch nur genau so häufig wie er sie braucht das war das ok wunderbar und für die letzten 13 12 11 ähm äh machen wir also nächste Woche machen wir halt eine Wiederholung von heute äh wir machen dann außerdem Purity weil wir es heute nicht geschafft haben und danach machen wir Functor nochmal Applicative nochmal und Monads ok äh wenn es keinen jetzt keine Fragen mehr gibt die habe ich eben schon gestellt äh bis nächste Woche ja ja bis nächste Woche bis nächste Woche bis nächste Woche bis nächste Woche